Hallo zusammen. Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest rund zur Ablenkung anzunehmen bei Lortemar Theon in Orgrimab an dieser Position. Ich befinde mich hier im zweiten Stock des Gebäudes. Ich werde nachher auch hinunterlaufen, da seht ihr wie ihr hier hinkommt, solltet ihr kein Fliegen haben. 4Quest war ein dwingendes Anliegen und genau wie die 4Quest gehört auch diese Quest zum Pre-Page von Shadowlands. Heißt also, falls ihr die Quest machen wollt, nachdem Shadowlands erschienen ist, könnte es sein, dass es sie nicht mehr gibt. Nun darf man den Lortemar Theon nochmal anquatschen, falls das Fenster nicht nochmal aufgeht und die Sprechblase anpicken. Nun sollte ein Video aufgespielt werden. Da ich die Quest aber auf dem Patch-Server aufnehme, ist es noch nicht freigegeben. Ja jetzt ist es auch vorbei und es war es auch schon. Ich kann euch jetzt noch zeigen, wie man hier hin kommt. Also wenn ihr fliegen könnt, einfach da hin fliegen. Da ist der Eingang zu Orgrimav oder beziehungsweise der Ausgang. Ansonsten ist hier hinten so ein Pfad, der führt nach oben. Einfach hier lang. Da kommt man auch ohne Fliegen hoch. Quest ist dann abzugeben bei Lord Theon in Orgrimav an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir gern auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Des Weiteren findet ihr in der Videobeschreibung noch einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr mich auch da besucht. Ei, zocke! Ende